Papi genne tolo be la vie, cuna balobinini, cuna balobinini, haua balobinini, papi genne tolo be la vie, tolo be la vie, papi gen tolo be la vie, ciao. La salubrité, enfin, je vais d'abord informer les conseillers de la République, il doit savoir que chaque jour à Kine, ce que nous produisons en termes de déchets, c'est 9000 tonnes de déchets par jour, 9000 tonnes. Alors, la norme internationale, disons la Banque mondiale, la BAD, a estimé à 30 dollars les coûts par tonne, c'est pourquoi nous avons calculé, vous avez vu à peu près, là, les coûts par tonne, c'est 30 dollars, en multipliant par 9000 par jour, vous avez les coûts par jour, c'est 270 000 dollars, vous multipliez par mois, vous voyez un peu ce que ça nous donne, 8 millions de dollars, 9 millions de dollars, bref, nous avons dit, à 12 millions, pourquoi il faut ajouter des carburants, il faut ajouter des engins, et ainsi de suite. C'est ce qu'il faut avoir. Prenons 150 millions que la ville devait avoir, si on avait appliqué la disposition constitutionnelle qui dit que la retenue, non pas la rétrocession. La disposition constitutionnelle, c'est la rétenue à la source. On a vu qu'avec ce système, la ville de Kinshasa, la province, l'ex-province du Katanga, le Bas-Congo, je crois, la province du Nord, que vous, toutes ces provinces-là peuvent bien se défendre. Pour les autres provinces, ce serait difficile, ils n'auront pas de moyens. Mais il y a ce qu'on appelle, on l'aura dit, il y a ce qu'on appelle la péréquation. Qu'est-ce que la péréquation ? Qu'est-ce que la péréquation ? Bon, tout ça, on nous a imposé une rétrocession, qu'on appelle allocation, qui est d'abord insignifiant. Imaginez que la ville devait avoir un minimum de 100 millions par mois, même en période de crise, 50 millions de dollars par mois, face à ces 8 millions de dollars. Vous ne voyez pas que la ville pouvait bien prendre en charge l'assainissement de la ville, avec des recettes de 40 millions, 50 millions de dollars par mois. Je veux faire face à ces 8 millions, c'est facile. Et d'autres secteurs seraient aussi bien développés. Pour le faire, on ne voit pas que le gouvernement du gouvernement, on ne voit pas en tant que doyen. C'est pour aussi, ensemble, dans ma province, nous n'avons pas le gouvernement. On ne voit pas le gouvernement en matière d'économie et de la sociale. Ich sage das, dass die Regierung nicht mehr so viel zu tun. Die Wirtschaft ist gut. Ich sage das, dass die Regierung nicht mehr so viel zu tun. Ich sage das, dass die Regierung nicht mehr so viel zu tun. Wenn ich meine Politik nicht mehr so viel zu tun, Ich habe die Zander gesagt, dass meine Zander nicht in sich in der Constitutionelpunkt hat. Ich habe meine Zander zu respectern. Und wenn ich meine Zander aus dem Fotosara, kann die Zander nicht nur an wundern, die ich sie haben. Ich habe sie gerecht. Wir sollten die Zander dann väčer. Sie haben auch eine ZanderlustERE. Es gibt den Städten, den Städten, den Städten, den Städten und den Städten. Es gibt den Städten, den Städten, den Städten, den Städten und den Städten. Ich habe den Stolz des Mörpers in der März. Ich habe auch die Likikikikität in der Gemeinde. Ich habe auch den Börgünen. Ich habe auch den Börgünen. Vielleicht nicht, dass ich meine Familie bin. Ich habe auch den Börgünen, 12 Pläts. Ich habe auch die Börgünen. Ich habe auch den Börgünen. Der Börgünen ist der Gouverneur Zentrale der Gemeinde. Das ist mir. Das ist mir. Nein. Ich habe mich gekocht. Wir nehmen jetzt dieовать Arme von Kinshasa, die und die soziale Bakinwa in der Ausführung und die gesellschaftlichen Risiken. Wir wollen auch die Regierung mit dem Bakinwa aufnehmen, die die Bakinwa in der Bereiche sind. Säge der Schraubmärme Tore beravir Säge der Schraubmärme Tore beravir Tore beravir Esa sitia särschla Tore beravir Säge der Schraubmärme Mit dem wir in der Säge Wir sind die Wir sind die Leute, die ihre Kinder Wir sind die Leute Wir sind die Menschen Wir sind die Menschen Das ist nicht so, es ist nicht so, es ist nicht so. Ich habe mir eine große Leuchten. Vielen Dank. Ich habe mir eine große Leuchten. Ich habe dafür ein Leuchten. Alle können die Leuchten auf Leuchten. Das ist ein Leuchten, das wir hier in der Leuchten. Das ist ganz wichtig. Ich bin der Leuchten. Ich bin der Leuchten. Dann habe ich Leuchten. Ich bin der Leuchten. Der Leuchten es heißt, dass du Leuchten. Mit dem ich die Leihon und dem Liedern war, mit dem Liedern und dem Liedern, dass wir uns die Leihon genutzt sind, die Leihon genutzt werden. Wir haben das Thema, die wir uns nicht genutzt sind. Wir haben uns die Leihon genutzt. Wir sind hier, die Leihon genutzt, mit dem ich in diese Leihon genutzt habe. Mit viel Freude und viel Gute und viel Gute, noch einmal Janine Tendel, dem Liedern für Leihon, Wir sind hier, zu beenden, den Efeiten des Fakten. Es ist ein sehr schönes Spanier, das Bissot in Bissot, die es schon einmal zu sehen ist. Wir sind hier in Bissot, die wir in den Bissot haben. Wir sind hier in den Bissot, die wir in den Bissot haben. Wir sind hier in den Bissot, die wir in den Bissot haben. Wir sind hier in den Bissot. Es sind die Anwutaki, die die Märchen auf die Wiener sind, die die Zander sind. Die Jahrzehnte, die 10 Jahre in den Bissau sind, in allen Dingen in den Bissau. Das sind die Zander in den Bissau. Es sind die Verhältnisse für uns, die wir wirklich aufzuhalten, die wir in den Bissau sind, die wir in den Bissau sind. Das war's für heute. Ich habe mich auf den Weg gebracht. Ich habe mich auf den Weg gebracht. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020